Es gibt drei Dinge zu beachten, wenn sie die Wikinger spielen. Anstatt keinen Speicher oder Lager zu bauen, gewinnen die Wikinger ihre vorraten Submobile nach Städten, den sogenannten Ochsenkarren. Ochsenkarren können im Dorfzentrum ausgebildet und an fast alle Punkte auf der Karte gesendet werden. Ein weiterer Unterschied steht darin, wie die Wikinger die Gunst der Gute erwerben. Anstatt zu ihren Guten zu werden, gewinnen die Wikinger ihre Gunst in der Schlacht. Sie kämpfen einfach um ihre gute Wohlszustimmen. Immer wenn ein nördlicher Krieger etwas in dem Spiel bekämpft, er holt sich ihre Gunst. Der letzte Unterschied besteht darin, dass sämtliche Gebäude der Wikinger vor Infanterieeinheiten errichtet und repariert werden. Sammler haben beide Wikinger nur die Aufgabe, Felder anzulegen und Rohstoffe zu sammeln. Alle nördlichen Infanterieeinheiten können Gebäude errichten und reparieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017